Ja, servus Leute und somit herzlich willkommen zu Fuzzy Monday, beziehungsweise eigentlich Fuzzy Sunday. Ich habe mir gedacht, ich mache so eine kleine News-Show auf meinem Kanal, die kommt wöchentlich, eigentlich sonntags, aber jetzt hat es mir nicht gereicht, dieses erste Mal für den Sonntag, deshalb wird es Fuzzy Monday. Und ja, wer sich fragt, was ich hier alles mache, ist so eine kleine News-Show, was auf meinem Kanal so passiert, was letzte Woche war, was nächste Woche so kommt und vielleicht noch so ein paar andere Sachen, über die man reden kann, die mit YouTube und so zu tun hat. Bevor wir anfangen, wenn ihr irgendwie weitere Infos haben wollt oder zum Beispiel, viele Leute wissen es gar nicht, ich meine, ich habe jetzt bald 8000 Abonnenten und habe auf meiner Facebook-Seite 800 Likes, so gesehen, da könnt ihr, also die Leute, die das noch nicht gemacht haben, ihr könnt ruhig auf die Seite gehen und da auch ein Like hinterlassen, weil dann bekommt ihr auch immer so Informationen wie, jetzt wurde gerade ein neues Projekt gestartet oder beziehungsweise ein neuer Part ist rausgekommen. Ich tue auch immer morgens immer einen Upload-Plan reinstellen auf Facebook, das heißt, da könnt ihr auch sehen, so okay, um 13 Uhr kommt das, um 15 Uhr kommt das, das interessiert mich jetzt nicht, aber um 17 Uhr, wow, da kommt so ein bisschen Battlefield oder so. Ja, da könnt ihr euch ruhig mal drüber klicken, ich habe immer in der Videobeschreibung auf meinem Kanal und so einen Facebook-Link, oder ihr könnt einfach auf Facebook nach Schwabenfuzzi suchen und da mal vorbeischauen. Ja, es ist mein erstes Mal, die News-Show, also es wird noch ein bisschen unprofessionell, ich sage es mit Absicht unprofessionell, weil ich wollte es so ein bisschen professioneller gestalten, ich wollte hinter mir so einen kleinen Greenscreen aufbauen und im Hintergrund immer so ein Video laufen lassen von einem Spiel, zu dem ich gerade rede, also wenn ich jetzt über, keine Ahnung, jetzt Bioshock werde ich nachher gleich reden, lauft ein Video im Hintergrund mit Bioshock, ich mache jetzt mein Bild wohl kleiner und damit man noch was von Bioshock sieht, aber in Zukunft werde ich das vielleicht mal so hoffentlich irgendwann mal hinbekommen mit dem Greenscreen, dass man nur noch mich sieht, also nur noch mein Körper und das Spiel. Ja, das war jetzt nicht schwul, aber egal. Ja, über was kann man jetzt reden? Ja, letzte Woche habe ich Bioshock Infinite gespielt, eigentlich ein recht cooles Spiel, also ja okay, die Vorgänge waren gut, die Anforderungen oder die Erwartungen waren eigentlich auch, denke ich mal, relativ hoch, wobei ich sagen muss, das Spiel hat teilweise so übelst krasse Bewertungen herausbekommen, also auf manchen Seiten haben die 100 Punkte von 100 bekommen, beziehungsweise in der Metakritik steht es, glaube ich, bei 96 Punkte, da muss ich mir schon sagen, puh, also 100 bei gewissen Seiten, beziehungsweise 96, schon ein bisschen viel. Ich will das Spiel nicht schlecht reden, wirklich, es war ein cooles Spiel, aber 96 Punkte im Durchschnitt, beziehungsweise teilweise bis zu 100 Punkte, also 100 Punkte ist ein perfektes Spiel und ich habe bis jetzt noch nie ein Spiel gehabt, was perfekt war und es wird auch nie ein Spiel geben, was perfekt eigentlich ist, weil, ich sage mal so, Bioshock war natürlich cool, muss ich aber dazu sagen, auf der Playstation, es war also von 100 Punkte Spiel, war es auf der Playstation schon mal gar nicht, ich meine, man hatte auf Viereck hatte man drei Aktionen, also man hatte auf einer Seite sowas wie eine Türe öffnen oder Gegenstände aufheben, Leichenplünder, nachladen, alles auf eine Tasche, das sage ich schon mal, das ist ein No-Go von Spielen, was eigentlich 100 Punkte absahnt, kann nicht sein, beziehungsweise auch, ich weiß nicht, wie es bei der Xbox oder PC Version ist, auf der Playstation war es halt auch so, man ist manchmal an Ecken hängen geblieben oder so, ich meine, da war eine Treppe, da war so ein Geländer, wo man sich festhalten kann und der hat sich immer festgehalten, deshalb bin ich immer hängen geblieben, fällt mir jetzt erst jetzt ein, ja, ansonsten, ich habe das relativ schnell hochgeladen, ich hatte das ja an einem Freitag und das ist ja erst am Dienstag rausgekommen, da muss ich sagen, ja, ich habe ja schon ein, zwei Paus vorher hochgeladen, habe da so ein bisschen so, ein bisschen die Eier voll bekommen und deshalb hatte ich es bis Dienstag komplett durch und habe es halt auch genau von zwei Tagen komplett hochgeladen, ich meine, ein paar Leute waren davon überfordert, ein paar Leute hat es vielleicht gefallen, ich weiß es nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet, dass er an einem Tag 20 Parts von einem Spiel kamen, ob das für euch besser ist, schlechter ist, ich meine, im Grunde genommen, eigentlich ist es ja scheißegal, ich meine, das Ding ist, wenn ihr jetzt 10 Videos geschaut habt, war es eigentlich, denke ich, eigentlich ganz okay, weil ihr könnt eigentlich selber entscheiden, wie viele Videos ihr schauen wollt, ich meine, ich lade 20 Videos hoch und ihr könnt sagen, ich mache heute nur 4, ich mache heute 10, ich mache heute 15, vielleicht auch 20, wenn ihr es schafft, ja, aber, keine Ahnung, könnt ihr mal reinschreiben, was ihr davon gehalten habt, ob ihr es so gut oder schlecht fandet, im Grunde genommen, eigentlich ist es scheißegal, ihr könnt ja die Videos anschauen, wann ihr wollt und wie ihr wollt, ja, ansonsten, was kam diese Woche noch groß? Ja, ich möchte mal ein Thema anreden und zwar, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ich habe ja Battlefield 4, Let's Played, das haben viele Leute nicht, oder viele Leute haben es gehatet oder nicht verstanden, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, die Idee von mir war, es ist ein Gameplay Video von Electronic Arts gekommen und mein Handy, bin mir gerade ein bisschen, ähm, ich habe mir gedacht, ich mache was dazu, ich will euch so ein bisschen informieren und anstatt ich einfach nur das Gameplay Video, was Electronic Arts hochgeladen hat, einfach ich auch hochlad, was man auch machen darf, also viele Leute haben gesagt, so, ich habe es geklaut und so, der geilste Kommentar war, also, wenn da jetzt einiges zuschaut, es tut mir eigentlich leid, aber, wenn man so einen Scheiß reinschreibt, wie ich habe es von Gamestar geklaut, äh, also bitte, Gamestar hat das Video nicht produziert, nicht erstellt, das Spiel nicht produziert, wenn, dann ist es von DICE, beziehungsweise von Electronic Arts geklaut, aber, ähm, es gibt so zwei Dinge, Electronic Arts oder auch andere Publisher sagen eigentlich gar nichts, dass man Trailer hochladet oder so Gameplay Videos, solange sie natürlich halt freigegeben sind, also, ich meine, Electronic Arts hat es ja hochgeladen, Gamestar hat es hochgeladen, 5000 andere Let's Player auf der ganzen Welt haben es hochgeladen und ich habe mir halt gedacht, anstatt ich einfach nur das Gameplay hochlad, wo man halt überall sehen kann, ja, oder ich eine Trailer-Analyse mache oder so eine Gameplay-Analyse, das wäre auch so ein Ding, wäre das für euch besser gewesen, wenn ich sage so, irgendwie so, ihr seht zwei Minuten das Video und dann ab 2 Minuten 30, so, boah, guck mal da, eine neue Waffe und hier ein neuer Lichteffekt und wäre das besser gewesen? Ich habe mir halt gedacht so, ich mache mir mal so einen Witz draus, mache so, ähm, wie ich eigentlich auch alle anderen Videos mache, einfach ein Let's Play draus, auch wenn ich es nicht gespielt habe und bringe euch so das Spiel mal ein bisschen näher, ähm, ja, viele Leute hat es gefallen, viele Leute waren irgendwie so beleidigt, weil ich sie, oder weil sie meinten, ich will sie verarschen, ähm, beziehungsweise ein paar Leute haben auch gesagt, so, äh, ja, geklaut und so das Video, ich meine, geklaut, also um das Thema brauchen wir gar nicht reden, das stimmt nämlich komplett gar nicht, und, ähm, ja, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Aktion fandet von Battlefield 4 oder auch von Metal Gear Solid 5, da habe ich eigentlich das gleiche gemacht, finde ich geil, Battlefield 4 sind sie alle voll abgegangen, haben rumgeflampt und vielleicht sind sie dann einfach gleich weggegangen, weil bei Metal Gear Solid 5 habe ich es gleich gemacht, da hat sich gar keiner aufgeregt oder so auf die Art so, äh, das hat er ja gar nicht gespielt, oh, geklaut und hier und da und ich weiß es nicht, trotzdem mal würde ich mal eure Meinung wissen, für die Leute, die das Video gesehen haben und jetzt auch das Video sehen, die Aktion, ob ich sowas öfters machen soll oder nicht, ich meine, es steht ja auch im Titel drin, dass es ein Trailer-Gameplay ist und ein Commentary und das Let's Play steht halt dran, weil es ja wie so ein Let's Play verpackt wurde, also es steht alles drin, es steht drin, dass es ein Let's Play ist, ein Commentary, ein Trailer-Gameplay, es steht der Name Battlefield 4 drin, weil es ja Battlefield 4 ist und ich weiß gar nicht, was ich groß anders machen soll oder ob ich es einfach lassen soll, vielleicht und ja, das war mal so ein wichtiges Thema, was letzte Woche passiert ist, beziehungsweise es war ja, ja, es war ja letzte Woche, ja, ansonsten, was können wir noch, ein schönes Reden, ähm, ja, ich habe nur noch ein paar Unf- also was nächste Woche kommt, ich habe es schon länger geplant, mit Keyster Army of 2, The Devil's Cartel zu machen, beziehungsweise das Spiel soll ziemlich sein, also ich habe die Demo gespielt, das haben ja auch ein paar Leute gesehen, denke ich mal, und, ja, das was man in der Demo gesehen hat, da hat man im Grunde genommen schon das ganze Spiel gesehen, das war's, also, ähm, ja, Keyster hat gesagt, es ist oft das Gleiche, es gibt nur ein Gegner-Typ, also man sieht, es ist schon irgendwie, es sind Mexikaner oder so, keine Ahnung, und die bleiben halt immer gleich, also man kämpft immer gegen die gleichen Gegner-Typen, keine Abwechslung, gar nichts, jetzt haben wir uns überlegt, entweder wir machen es noch, oder wir fangen mit Teil 1 an, also Army of Two ganz normal, Teil 1, weil der ist besser, und dann noch Teil 2, und vielleicht dann noch Teil 3 oder so, da muss ich noch mit Keyster reden, was da kommt, wie es kommt und so, ähm, ja, ansonsten, achso, letzte Woche hat ja noch Slender the Arrival angefangen, bin ich ein bisschen spät dran, weil ich zur Zeit auch mit der Zeit so ein bisschen überfordert bin, muss ich ganz ehrlich zugeben, deshalb kommt es ein bisschen später, was vielleicht auch noch kommt, ist, ähm, The Walking Dead Survival Instinct, ist ja auch schon seit letzter Woche draußen, wird aber wohl auch noch diese Woche kommen, und, ja, was sonst noch diese Woche kommt, ich will eigentlich ja noch Death by Stray fertig machen, Metal Gear Rising, habe ich ja auch noch offen, ist das Problem, da ist das Problem, ähm, zum Thema Facebook, ähm, das kriegen halt nur die Leute mit, die halt mir auf Facebook folgen, weil da habe ich geschrieben, ich habe ein Problem bei einem Endbus, und ich komme an dem beschissenen Endbus nicht, ähm, vorbei, ich habe mich jetzt mal hingesetzt, eine Weile lang, habe es probiert, es hat nicht geklappt, und dann, ähm, kam auch ein Tipp von Keyshaw, dass man eine andere Waffe nehmen soll, mit der hat es richtig gut geklappt, das Geile war, ich habe einen Endbus gelegt, hatte noch so ein, zwei Prozent Leben, und dann hat sich die Playstation aufgehangen, und dann habe ich mir nur gedacht, so, wäre ich jetzt so ein richtig aggressiver Typ, wäre jetzt mein Controller kaputt, wäre mein Fernseher kaputt, und vielleicht noch irgendwas anderes oder so, aber, ist noch alles ganz, also keine Bange, ich habe ihn auch geschafft, nur jetzt hänge ich direkt am nächsten Endboss, also das ist ein Level mit zwei so Endbossen, oder eigentlich sind es drei, ähm, ja, aber ich bemühe mich, dass ich das Spiel fertig bekomme, ähm, genau das gleiche mit God of War, war das Problem, habe ich auch auf Facebook geschrieben, ähm, habe ich es auf Facebook geschrieben? Ich glaube schon, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ich hatte ja einen Bug, bin da auch nicht weitergekommen, und jetzt hat es auch noch die Spieldatei, ähm, zerschossen, das heißt, ich darf nochmal zwei Stunden nachspielen, und erst dann kann ich wieder mit meinem Let's Play weitermachen, deshalb, ähm, ja, dauert es noch ein bisschen, aber ich probiere halt auch, zumindest diese Woche, weiter aufzunehmen, weiter hochzuladen, damit ich die Projekte auch endlich mal fertig bekomme, und dann können wir auch natürlich wieder so Projekte anfangen, oder halt, ähm, weitermachen wie Minecraft, Need for Speed Most Wanted, SimCity, was ich zur Zeit übelst vernachlässchelt habe, blblbl, ich kann nicht mehr reden, ähm, mein Fuzi for Commander und Black Ops 2, da bin ich auch, Rang 30 bis 35 irgendwo, ähm, Battlefield 3 habe ich sogar noch ein paar Folgen auf der Platte, und was ich eigentlich auch noch machen wollte, ist, ähm, Assassin's Creed 3 ist ja schon der zweite DDC, Club rausgekommen, dass ich den noch mache, und, ja, das heißt, vor den nächsten 1-2 Wochen habe ich noch gut was vor, und, ansonsten, gibt es noch was anzusprechen, ja, Slender wird natürlich in der Woche noch kommen, Alter, jetzt gehe ich auch noch einen Schluck auf, ähm, ja, ansonsten, würde ich sagen, wenn es zeitig klappt, sehen wir uns nächste Woche, da dann wohl am Sonntag, dann ist es nämlich Fuzzy Sunday, und, dann versuche ich auch immer sonntags das zu machen, und, jo, dann wünsche ich euch noch vor allem frohe Ostern, ein bisschen schlecht, dass es am Schluss des Videos kommt, also noch frohe Ostern an alle, und, ähm, ja, ich hoffe, ihr habt alle eure Eier gefunden, und, ja, wir sehen uns in den nächsten Let's Plays, und, oder spätestens am Sonntag wieder, wieder schauen und, reingehauen, wir sehen uns in den nächsten Let's Plays,